So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Hola, hola, mein Name ist Hoche, wie geht es euch? Geht's dir gut? Bist du schön in deinen Samstag hineingestartet? Genießt du die Zeit? Bei uns ist so ein bisschen durchwachsen momentan das Wetter, aber ist ja gut, dass es mal regnet. Zeit für ein Reading, für ein sehr, sehr wichtiges Reading. Eigentlich für mich gefühlt das wichtigste Reading überhaupt, wenn man da mal reinfragt, aufgrund der guten Energien, die wir in den letzten drei Videos gehabt haben, tut dir diese Verbindung zu diesem Menschen gut? Ja, kannst du dich da drauf einlassen? Kannst du dich jetzt da bei diesem Menschen wirklich fallen lassen, wenn es am Anfang eurer Beziehung oder in der Kennenlernphase schon heiß herging? Ja, Rückzug, Funkstille, Diskussionen, irgendwas. Und jetzt funzt es und klappt es endlich mal. Da machen wir jetzt mal ein Orakel und schauen, tut dir diese Verbindung dauerhaft gut? So, meine Lieben, da würde ich mal sagen, wir fangen auch schon gleich an. Moment. So, okay. Wir wollen schauen. Ja, wir hatten ja jetzt in den letzten drei Videos schon die Energien endlich mal wieder so, wie sie sein sollen. Also gut, dass man die auch nutzen kann, dass man sagen kann, okay, ich gehe jetzt mal auf meinen Wunschpartner zu oder die Energie ist sehr gut, dass der auf mich zukommt. Ich habe super viele Nachrichten bekommen, dass sich der Wunschpartner tatsächlich plötzlich wieder gemeldet hat. Hurra, hier bin ich wieder. Alles ist wieder gut. Aber da wollen wir noch mal schauen. Meine Mama hat immer zu mir gesagt, drum prüfe, wer sich ewig bindet. Na, und dann wollen wir jetzt mal schauen, wie ist es denn für dich, wenn du dich in diese Partnerschaft, in diese Beziehung fallen lässt. Ja, wollen wir mal gucken, was wir da haben. Ich verdünnisiere mich wieder in die Ecke hinein. Und dann brauchen wir ein Bild. Ja, wir wollen ja auch im Bilde sein. Auch ich bin manchmal im Bilde. Kommen wir nicht so oft vor, aber tatsächlich gibt es noch Zeichen und Wunder. Wir schauen jetzt mal rein. Ich habe euch beide wieder rausgelegt, ganz klar, um einfach zu schauen, welche Energien umgeben euch denn. Und der kleine Monk möchte jetzt noch, dass ich hier so ein bisschen Ordnung mache. Und wir schauen jetzt mal. Natürlich seine Energien, klar. Worum geht es da so? Und dann auch noch mal deine, weil wir wollen wirklich jetzt mal wissen, wenn das jetzt auf einmal eine Chance hat oder noch eine Chance hat. Ist das denn gut für dich? Ist das was, wo du dich vielleicht hineinstürzt, unüberlegt und dann noch mal leidest? Oder ist das etwas, wo du sagst, ja, die anfänglichen Schwierigkeiten, die Turbulenzen sind vorbei. Wir sind jetzt im ruhigen Fahrwasser und schippern so dahin. Wir schiffen dahin. Und jetzt wollen wir mal schauen, was wir da für Energien bekommen. Ja, ah, gut, da geht es jetzt schon mal gleich los. Die kleinen süßen Mäuschen, ne? Die hat er da im Kopf, wie wir wissen, gut, kann es nun sein, dass er jetzt natürlich aktuell noch nicht so richtig weiß, ob das jetzt was wird mit euch oder nicht. Da ist ja zumindest schon mal der Wille da. Kommt jetzt natürlich auch auf dich drauf an, was wir jetzt herausfinden wollen. Tut dir das überhaupt gut, ne? Also da hat er schon mal die Mäuse im Kopf. Vielleicht hat er auch so das Gefühl, du beißt noch nicht so richtig an, wie er sich das vorstellt. Na, das ist natürlich auch immer so eine Sache. Und ganz genau, da haben wir es nämlich auch schon. Da sind die Mäuse gefallen und der Neubeginn. Und das ist auch gut so. Also das passt schon so, na? Ja, er soll ruhig mal, ja nicht das Gefühl haben, hier, die habe ich ja sowieso gleich wieder, sondern Piano, Piano, ne? Lass ihn mal so ein bisschen zappeln. Also das passt schon so, ne? Entschuldigung, ich will jetzt nicht wieder alle Männer in die Ecke reinstellen. Die Männer, die zuschauen, ihr macht es spitze, ihr dreht euch das immer astrein einfach um. Na? Aber das passt schon so. Er hat gerade so ein bisschen im Kopf, ja, also ich würde schon gerne wieder, aber irgendwie habe ich jetzt so gemacht oder wenn ich so mache, dann passiert nicht das, was ich mir vorstelle. Hä? Na, und das ist so ein bisschen hier, ja, da nagt es gerade so ein bisschen am Neubeginn, ne? Hat er sich vielleicht alles besser vorgestellt? Vielleicht hat er sich ja gedacht, ach, na ja, wenn ich sie jetzt entblockiere oder wenn ich mal irgendeine komische Nachricht schicke, dann habe ich sie sofort wieder an der Angel. Aber das darf nicht sein. Denn du bist viel, viel mehr wert, ja? Und da haben wir es ja auch schon, da bist nämlich jetzt du gefallen. Also, was für eine wunderschöne, verkorkste Reihe, in dem Orakel, wenn ich mal nach seinen Gedanken frage, weil es ist ja offensichtlich gerade nicht so, ja, dass er dich mit einem Fingerschnips wieder haben kann, sondern er muss dafür schon etwas tun, ne? Wir wissen ja auch alle, oder ich als Mann, der Mann, der will ja jagen, der will nicht gefüttert werden, na, aber hier hat er, wo hat wohl irgendjemand den Eindruck, hier das Futter, das er da gerne hätte, da muss er ja jetzt was dafür tun. Ich muss mich bemühen, ne? Also, und daher hier, die Energie da oben passt absolut. Und wenn du in der Situation bist und sagst, ja, ja, das ist ja schön. Ich habe auch ganz viele Nachrichten bekommen, wo der Wunschpartner sich tatsächlich gemeldet hat, aber dann kam auch schon von selbst im Satz dazu noch, ich mache da jetzt erst mal langsam, ne? Ja, der soll nicht denken, dass ich jetzt hier gleich wieder auf seinen Schoß springe. Und bei dir in der Gedankenebene, ja, da haben wir ja jetzt die Sense. Also, wie gesagt, die Sense, Gefahr und Schock, ne? Aber natürlich auch eine Karte für einen neuen Abschnitt, zum Beispiel, ne? Herbstkarte und so weiter. Also, es muss jetzt nicht immer eine schlechte Karte sein. Entschuldigung, ich habe Schluck auf. Ich hoffe, das stört euch nicht. Nicht immer eine schlechte Karte sein, aber wir wollen natürlich jetzt gleich mal wissen, wo zeigt denn diese Sense hin hier, ne? Oh! Oh! Okay. Der Rückzug und das Trennungsszenario ist für dich im Kopf beendet. Also gut, du bist ja schon mal im Kopf so weit, dass du sagst, kann ja nicht schaden, ne? Jetzt habe ich so lange auf den gewartet oder ich habe so viel gehofft und habe mich angestrengt, und habe Energie reingegeben. Jetzt könnte sich da was tun. Dann lassen wir das mal mit dem Rückzug, mit der Trennung, die da vielleicht bei euch gewesen ist. Ich will jetzt mehr. Na, ich will es zumindest einfach mal ausprobieren. Ich gebe, oder ich begebe mich jetzt in diese Beziehung und schaue mal und bewerte dann für mich selbst, ob mir das gut tut oder nicht. Na, das kannst du gerne tun. Du kannst aber auch dieses Video weiterschauen. Dann kann ich es dir schon sagen, was da passiert. Wir wollen aber jetzt noch mal gucken, was dir denn so im Kopf rumgeistert aktuell, wenn du sagst oder merkst, okay, mein Wunschpartner kommt jetzt irgendwie auf mich zu. Ja, so. Naja, und da haben wir es auch schon. Das ist das, wovon ich rede. Also entweder denkst du, er trennt sich jetzt von seiner Rivalin, ja, oder er trennt sich von seiner Rivalin, war gestern auch so ein bisschen Thema. Wenn da eine andere Person oder eine andere Frau im Spiel ist, ja, ist das natürlich Voraussetzung A. Du bist keine Nummer 2, du bist eine Nummer 1. und wenn er auf dich zukommt und du eine Fähre bist und er ist immer noch nicht getrennt, ja, dann hier. Never ever, ja, also du darfst nie im Leben vergessen, du bist keine Nummer 2. Du bist eine Nummer 1 und eine Nummer 1 kann ein bisschen warten, okay, aber nicht so lange, ja, dann ist Sense. Also sollte dieser Mann auf dich zukommen und hat immer noch seine Partnerin, schickst ihn gleich durch die Drehtür wieder nach draußen, wenn er keine hat, ja, dann ist das auch die Karte für einen langen Weg, ja, also du kannst dir schon vorstellen, dass da ein langer Weg entsteht bei euch beim, naja, Rückzug ist beendet, Schlange, langer Weg, von daher, ja, im Kopf hast du schon, sofern da jetzt keine andere Frau im Spiel ist, dass das etwas langfristiges werden kann. Aber, wollen wir jetzt mal schauen in dem Orakel, was geht denn dem Mann im Herzen vor und dann schauen wir natürlich auch bei dir rein, weil wir wollen ja wissen, tut dir diese Beziehung gut, na, dann gucken wir mal weiter, aha, da ist das Buch auch gerne mal, ja, so eine Karte für ein Geheimnis, ist jetzt auch gar nicht verwunderlich, weil wir haben ja hier oben gesehen, das nagt schon so ein bisschen an ihm, dass du vielleicht nicht gleich springst, wenn er pfeift, ne, ne, und, ja, da sagt sein Herz jetzt gerade, ja, wieso geht es denn jetzt nicht so schnell voran, wie ich dachte, oder wie du, wie der Kopf dachte, ja, also, und dann sagt der Kopf zum Herzen, hm, bin auch gerade ein bisschen knüschelig, weil irgendwie, äh, läuft es nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, ich muss mich ja jetzt anstrengen, ne, und dann sagt das Herz, aha, okay, also Open End, wir wollen mal schauen, was wir da noch für eine Karte kriegen, naja, die will nicht, doch, die will schon, die will und kann nicht, aber dann mischen wir mal weiter, okay, ja, was sein Herz möchte, ist natürlich die Zweisamkeit, gut, das könnte jetzt auch eine Hochzeit sein, aber so weit will ich natürlich jetzt nicht vorgreifen, na, aber, wenn er sein Herz sagt, ja, hm, ich weiß noch nicht so ganz genau, ob das jetzt klappt, der Weg stimmt ja von ihm aus, vielleicht ist der Kontakt schon da bei euch, na, aber vielleicht geht es nicht so schnell, wie er sich das gedacht hat, auf jeden Fall hier, bei ihm im Herzen ist dieses, hm, Buch noch zu, wo sein Herz sagt, ja, ja, jetzt geht es endlich mal voran, aber nein, da liegt das geschlossene Buch und die Vögel oder die Eule steht ja auch so ein bisschen für die Unruhe, also, wenn ich bei ihm in die Herzebene reinschaue, ist das eigentlich die Fortführung dessen, was er so denkt, ja, ich will dich, ich will den Neubeginn, ich komme nicht so voran oder ich weiß nicht, wie ich es anstellen soll, aber, ähm, sein Herz sagt, ja, ich möchte diese Bindung schon haben, es ist nur gerade so ein bisschen unruhig und das auch mit Recht, weil du hast alles Recht der Welt, dir jetzt Zeit zu nehmen und eben zu sagen, ja, ich schaue mir diese Sache schon mal ganz genau an, na, tut mir das überhaupt jetzt gut, du hast mich vielleicht schon mal verletzt, du hast mich vielleicht schon mal enttäuscht, du hast mich vielleicht schon mal sitzen lassen, wer sagt mir denn, dass du das nicht nochmal machst, wenn du es einmal gemacht hast, kannst du es auch wieder machen, bei uns in Bayern sagt man da einmal, einmal Hund, immer Hund, na, aber, wir wollen mal gucken, bei dir in der Herzebene, ja, die Fische, sehr, sehr schön, also dein Herz ist hier schon voller Gefühle, na, hier oben, ja, voller Planung, auch ein bisschen deine Bedingungen stellen, sagen, okay, wir können es nochmal versuchen, aber nur so und so und so, ja, und im Herzen, die Fische zu sehen, auch schön, Geldkarte, ja, ist ja auch immer schön, aber natürlich die Fische auch, die Gefühle, die Partnerschaft, Seelenpartnerschaft, na, also hier ganz, ganz toll, und der Baum, also, wenn ich bei dir da reinschaue, die Frage des Readings ist ja, kannst du dich in dieser Beziehung fallen lassen, geht es dir in dieser Beziehung gut, ja, wirst du in dieser Beziehung eine Leichtigkeit, haben, also das schaut mir schon so aus, hier oben bist du super klar im Kopf, ja, du sagst, okay, du kannst, der Rückzug kann beendet sein, die Trennung, möchte einen langen Weg haben, oder er hat eine Partnerin, dann sagst du hier aber auch ganz klar, ja, kann man schon mal machen, aber ohne diese Frau, ne, ich will ganz, ganz klare Verhältnisse haben, und dann tust du auch viel mehr für deine Herzebene, wie er, denn er ist ja hier oben im Kopf so ein bisschen, in der Unruhe drin, und daher auch im Herz, ach so, da liegt ja schon die Karte, die ist ja gerade rausgehüpft, so, das war der Storch, ja, was für eine animalische Energie, mit ein bisschen Botanik, hier eine Prise Botanik, die Störche, Umbruch, Wandelung, und gerade sage ich es ja noch, Leichtigkeit, geht es dir in dieser Beziehung mit diesem Mann gut, kannst du in die Leichtigkeit gehen, vor allem ganz wichtig, kannst du ins Vertrauen gehen, fühlst du dich sicher, und aufgehoben, und geborgen in dieser Beziehung, das sind ganz, ganz wichtige Fragen, die du dir da stellen sollst, nicht einfach, ja, Hurra, er ist wieder da, jetzt geht es weiter, oder los, sondern auch mal gerne in dich reinhören, und sagen, ja, ist schön, muss mal gucken, ob mir das jetzt überhaupt alles so gut tut, kann ich hier mich öffnen, kann ich da ein Vertrauen reingeben, in diese Sache, ne, also, ja, ich sehe bei ihm gerade, läuft vielleicht nicht so, wie er sich das denkt, ne, knabber, knabber, Unruhe, Geheimnis, hat er denn das Durchhaltevermögen, und wie schaut es denn da in den Tendenzen aus, ne, das schauen wir uns jetzt auf jeden Fall nochmal an, was wir da noch schön sehen, so, ja, da ist jetzt hier als erstes mal, er gefallen, der gute Mann, ne, dass man sagt, in den Tendenzen, ja, geht es schon um ihn, ne, wo man sehen kann, ähm, dass er vielleicht da, sich noch ein bisschen mehr anstrengen kann, dass er sich noch mehr bemüht, weil, kann ja auch gut und gerne sein, dass er dich mal, äh, ja, hat sitzen lassen, oder enttäuscht hat, umso mehr muss er sich dann natürlich jetzt, ähm, bemühen, dass da etwas draus wird, ja, also, das ist mal ganz, ganz wichtig, wir wollen mal weiterschauen, was für den Tendenzen sehen wir denn jetzt hier noch, ach, jawohl, die Liebe, okay, also, wenn das mal keine schönen Tendenzen sind, na, also, ja, er darf sich ruhig so ein bisschen anstrengen, du kannst deine Forderungen stellen, dein Herz weiß auch, was es möchte, in den Tendenzen taucht dir eher auf mit der Liebe, ich glaube, ähm, er wird, ähm, dir wahrscheinlich schon das geben, was du jetzt von dieser Beziehung erwartest, na, und die Energien dafür schauen ja auch mal ganz gut aus, so, schauen wir mal, was wir noch sehen, zwei Karten ziehen wir noch, so, okay, das Schneckenhaus, ja, das heißt einfach, das ist ja so eine Karte, da geht was relativ langsam voran, na, also, ist aber auch gut, langsam ist immer besser als schnell, ja, und er kommt wahrscheinlich auch hier jetzt aus seinem Schneckenhaus heraus, ja, und du hast ihn jetzt mal auf die Fühler geklopft, und hast gesagt, okay, na, aber ich habe jetzt hier meine, meine Vorstellungen von einer Beziehung, gehst du da mit oder nicht, na, aber so langsam kommt er schon aus seinem Schneckenhaus heraus, was die Liebe angeht, und da wollen wir natürlich jetzt noch unbedingt, unbedingt die letzte Karte sehen, so, achso, ja, wir wollen auf ein nächstes Level kommen, das ist ja eine schöne Karte, da geht es natürlich darum, das ist die Karte, die, die Treppen, die Stufen, da geht es immer eine Ebene höher, ne, also ich glaube, das wisst ihr ja alle, wenn man eine Treppe hoch geht, ist man eine Ebene höher, und so geht es auch hier in den Tendenzen, das heißt, eher die Liebe, hier geht langsam was voran, er öffnet sich dir wahrscheinlich dann auch mal, und, ähm, die Treppen, das heißt einfach, dass ihr beide emotional oder miteinander eine Ebene höher kommen könnt, na, und man will ja in der Partnerschaft nicht immer absteigen, man will ja aufsteigen, ne, den Abstieg hattet ihr vielleicht schon miteinander, somit, äh, lässt sich, ähm, für dieses Reading, sagen, äh, ihm geht hier ein Lichtlein auf, die Laterne ist gefallen, aber was für dich sehr, sehr wichtig ist, und das sage ich auch immer in meinen persönlichen Legungen, wenn die Tendenzen sehr, sehr gut sind, gib dich nicht her, ja, nur weil du das unbedingt möchtest, diese Beziehung, schaue, dass diese Waage, die ist jetzt komischerweise nicht gefallen, immer im Gleichgewicht ist, was ich in der Beziehung gebe, das soll auch zurückkommen, du darfst, du erwartest nichts, das muss von ganz alleine kommen, das muss ein Gefühl sein in deiner Beziehung, ich gebe gerne, weil ich genau weiß, ich kriege genau das Gleiche zurück, und das ist eine Selbstverständlichkeit, also wenn ihr einen schweren Start hattet, in dieser Beziehung, ja, wenn er sich zurückgezogen hat, wenn er dich enttäuscht hat, verletzt hat, wenn du gelitten hast, und jetzt ist er auf einmal hier, dann prüfe das gut, und prüfe vor allem auch dich gut, dass du sagst, okay, ich habe jetzt ein gutes Gefühl, dabei, wenn ich mir vorstelle, mit diesem Mann jetzt in eine feste Beziehung zu gehen, nicht dann Sachen von damals mit reinschleppen, dass man dann zusammen ist, und dann heißt es die ganze Zeit, ja, du hast ja schon mal hier, und du hast ja schon mal da, also keine Altlasten reinbringen, schön Piano Piano machen, in diese Beziehung reingehen, die Energien sind gut, langsam machen, lass ihn kommen, ja, er bemüht sich da, und dann kann das auch was Schönes werden, also wenn ich die Frage stelle, wird das eine gute Beziehung für dich, ja, bist du in dieser Beziehung gut aufgehoben, kann ich das jetzt eigentlich schon mal mit Ja beantworten, du sagst deine Sachen, du machst deine Sachen, du fühlst gut, er bemüht sich sehr, ja, er muss jagen, und wird nicht gefüttert, also von daher, top, kann man mal so stehen lassen, ne, meine Lieben, apropos stehen lassen, jetzt ist es ja wieder so weit, Sonntag, na, nicht vergessen, wenn du noch kein Kanalmitglied bist, dann wird es Zeit, weil der Sonntag naht, und dann ist ja wieder der große Verlose Nachmittag, und das große Deck für die kommende Woche im Mitgliederbereich, also wenn du möchtest, kommt gerne dazu, ich werde auch, wenn ich dann im Urlaub, neun Tage bei meiner Tante bin, auf Mallorca, auf der Finca, oder in der Finca, auf der Finca, an der Finca, immer ein paar Clips drehen, das stelle ich dann auch in den Mitgliederbereich rein, weil, wer bei mir im Mitgliederbereich kommt, der kriegt immer, ja auch was dafür zurück, na, also meine Lieben, ich hoffe, das Orakel hat euch Spaß gemacht, wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir gern mit einem Daumen rauf, und ansonsten, bleibt gesund, seid lieb zueinander, und wir sehen uns dann, beim nächsten Video, Ciao, ciao! Ciao!